Hallo und willkommen zum neuen Fortnite Shop. Heute am Samstag, 9. September, 79 Items im Shop. Das heißt, Star Wars wird wohl wieder weg sein, auch wenn es hier noch angezeigt wird. Die kleinen Witzbolde von Epic. Okay, wir sind also im Shop und wir gehen gleich mal los. Wir haben hier also Miles Morales als Skin, hier Spider-Man. Hat natürlich noch einen weiteren Stil. Das heißt mal. Da habe ich keinen Bock. Stil bearbeiten. Dann machen wir das halt so, nämlich ohne Kapuze. So, dann haben wir hier das Rücken-Accessoire dazu. Riesig. Dann haben wir den zweiten Skin. Den Netzumhang dazu. Den Hammer. Dann gibt es das Emote natürlich noch dazu. Die Äxte. Und natürlich noch den Ladebildschirm. Das ganze Bundle ist nach 39 Tagen zurück. Und ist hier natürlich auch nochmal einzeln zu kriegen. So. Dann haben wir hier die Bannerbrigade auch mal wieder da. Die war viel, war wirklich dieses so auf dem Shop. Die war das letzte Mal vor 79 Tagen da. Also, die verschiedenen Skins dazu. Und dann können wir die halt verschieden. Hier mit dem Ausrüstungs-Fall. Das ist natürlich ganz cool hier. Man kann überall sein Banner draufpacken. Das ist schon nice. Und auch auf der Lackierung. Also, das ist schon nicht unangenehm. So, dann haben wir auch die Herren dazu. Alles einzeln natürlich auch zu kriegen. So, dann geht es weiter hier mit dem Mieses-Feuer-Paket. Das ist zurück nach 32 Tagen. Hier einmal mit der Inferner. Die hat die Zündelkugel auf dem Rücken. Und eine glühend, rotglühende Rache-Axt. Dann hier den Gleiter. Feuriger Abstieg. Mit Stacheln oben drauf. Und noch die Lackierung. Schmiedestück. Das Bundle soll kosten 2000. Nicht so 3,30, das bei mir hier wieder steht. So, dann haben wir hier ein Killer-Kommando-Paket. Das ist nach 37 Tagen zurück. Das Bundle kostet 24. Und weil ich da hinten die Sirene habe und das Rücken-Accessoire dazu, kostet das für mich dann 1,2. Und da hätte ich dann den Waag dabei. Mit dem Pelz-Pak. Die Exitus-Exte. Und die Reflex-Klingeln. Ich habe die Sirene aber irgendwo im Bundle. Von irgendeinem Spinn-Paket oder sowas. Deswegen habe ich die. Okay, gehen wir weiter hier. Einmal Fluff. Der ist zurück nach 43 Tagen. Mit seinem Rücken-Accessoire. Der Kuschelkumpel. Auch nach 43 Tagen zurück. Das fürstliche Zepter. Und mein Main-Skin hier, Victoria's Sand. Die ist nach ebenfalls 43 Tagen da. Mit der Slayers-Satteltasche. Und Flock und Stalker, die Echse. Wie gesagt, auch fast monatlich im Shop. 43 Tage ist auch noch nicht lange her. Ja, dann haben wir die täglichen. Einmal die rote Verteidigerin. Nach 77 Tagen zurück. Krypto ist nach 41 Tagen zurück. Der hat hier so ein Spektralwirbel hinten drauf. Das Ganze gibt es auch in Feuer. Oder in Orange. Wenn man das hier vorne sieht, dann weiß man, warum ich Feuer sage. Das sieht nämlich so aus, als ob das Feuer hier brennt. So, dann haben wir den Sternenstart. Auch der ist mittlerweile oft im Shop und ist nach 33 Tagen zurück. Dann haben wir Lowrider Junior nach 42 Tagen. Der war gestern auch schon da. Der ist täglich noch da. Und dann haben wir konzentriert. Ist nach 33 Tagen zurück. Ja, dann haben wir hier noch die ganzen Lackierungsskins. Haben wir gestern schon da. Und die Lackierungen sind noch dabei. Ja, und das war es dann schon mit dem Shop für heute. Mahalo bis zum nächsten Shop. Ciao, euer Sam. Ciao, euer Sam. Ciao, euer Sam. Ciao, euer Sam.